Hast du jetzt mal auf dein Handy geguckt, Kevin? Ja, du Arsch. Mach mal mehr Runden. 99. 24 Stunden Rennen von Le Mans oder wat? Ne, ich hab mal 99 Runden... also Rundenrennen gemacht. Das hat 3 Stunden gedauert oder so und das war nur über Military Base die ganze Zeit im Kreis. Da hab ich ja auch dieses Kriminell schnell da, um die... um den Knast rum. Lol, die kleinen Autos. Alles screw-out das neue. Der Prioso. Ja, oder? Ja. Gott, die... Toll, das hab ich glaub ich bei mir noch gar nicht getunt. Das ist dann dein Problem. Ich bitte nicht. Hier wird's auf jeden 1000 gesetzt. Warum hab ich so ein komisches Auto? Das, was du ausgewählt hast. Hab das aber nicht ausgewählt. Ja, scheinbar schon. Nein. Bobby nockt mich weg, alter. Wie schießt man nochmal? Die Trupe. Linken Gerstig runterdrücken. Eine Trupe. Äh, ich hab keine Chance. Wieso? Na hier hinten ist es so eng, da bleiben mich und Bobby sowieso die ganze Zeit aneinander hängen. Mein Auto ist übel schwer zu fahren, so. Ja, unserer ist auch nicht viel besser. Alter. Jede Kurve, ich wirf komplett weg. Mhm. Will da jemand Stress oder was? Was hast du gesagt? Alter, deine Tür ist unter mir durchgerutscht. Ich hab noch Boost aktiviert. Ach, wolltest du unbedingt noch reinkommen? Nee, ich hab Boost aktiviert und die Leiche ist dann noch richtig gerast. Alter, hast du ein Glück. Hä, die Rakete war noch mindestens fünf Meter vor mir und ich bin explodiert. Lol. Alter, wie hast du es jetzt geschafft, Kevin? Das war ich beim Vorbeifahrt, keine Ahnung. Du hast mich nur leicht berührt und auf einmal fliege ich in die Luft. Kann man das schließen? Ja, Raketen. Äh, Joystick drücken. Hupke. Drauf drücken in die, also den linken Joystick, Alter. Alles klar, einer fährt nach rechts falsch, Alter, und alle fahren hinterher. Ja, halt, ich falsche Richtung? Ja. Ach, ich hab's gerade auch noch gesagt, ihr seid rechts abgewogen, ihr hättet geradeaus weiterfahren müssen. Deswegen sag ich ja, einer fährt falsch und alle fahren hinterher. Nach der Runde tun ich mir erstmal meinen kurz. Klar, Bobby, ich hätte dich nicht... Alter. Ich hätte dich nicht erwischt, wenn du einfach nur geradeaus gefahren bist, ja? Du hast mich auch nicht erwischt. Na klar, die Bombe ist genau in deinem Arsch explodiert. Ja, aber ich bin nicht explodiert. Ja, ich weiß aber auch nicht warum. Ich hätte es aber explodieren müssen. Taisha! Du bist erste mit deinem Standardauto. Nicht mehr. Sonst hängen wir euch da zu weit ab. Ja, wir kommen gar nicht klar irgendwie. Ne, das Auto, weißt du wie scheiße das sich so fahren lässt? Geht mal gar nicht. Alter. 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 Wie hat es dich denn da hochgehauen? Das sah wie witzig aus. Ander Auto. Alter. Gar nicht ganz so leicht zu treffen bei sowas. Alter, ich hab diesmal extra sofort abgedrückt. Lol, Bobby, der war jetzt nicht hoch. Mein Auto steckt fest. Ja, und ich spawn weiter vorne und kann durchfahren. Danke, Kevin, für die Rache. Bleib Bobby erstmal stecken. Alter, du Arsch. Alter, und mich lassen die Autos nicht durch, Alter. Bei mir sind gerade drei Autos rechts vorbei gefahren. Hier ist, weil man nicht abbiegen wollte. Ja toll, ich hab nen Platten. Hammer. Alter, hast doch geholt. Durch den Boost. Na, mit dem Boost war's knapp. Was ist jetzt los? Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ich hab dich gar nicht gesehen. Dann pull dir mal Arsch rum, viel Spaß. Dann zieht's ein ordentliches Rennen an. Darth Raider ist wieder zurück. Ich habe mich geduld. Schme embauch Ach nein.